Ecke Schuss Gold rackern für Rio. Die Jungs, die Hockeyspieler wollen Gold 2016 in Rio de Janeiro. Und was für ein harter Knochenjob das ist. Bis dahin, das wird hier dokumentiert. Und ich finde, da ich sowieso alle Sportarten liebe, seit heute hier in Uhlenhorst, beim Uhlenhorster Hockeyclub, liebe ich ganz besonders Hockey, weil ich ein Naturtalent bin, möchte ich das Ganze unterstützen. Also macht mit, gebt Geld, verfolgt das Ganze intensiv und drückt die Daumen, dass das Projekt funktioniert. Und logisch, dass der Fürste, der gerade an der Kamera sitzt, den dritten Olympiasieg holt. Wäre das eine geile Nummer. Ich drücke euch die Daumen. Tschüss, euer Brüschi. Kann nicht Hockeyspielen. Zойд unterwegs z notes. dissolv termin Eldrask Wärme Wärme Wärme